Ja Leute, da war ja jetzt der große Klima-Aktionstag. Am was? Am Freitag? Ja, Freitag ist ja immer so. Ich sag mal zwei Plakate, die da hochgehalten wurden, zeigen eigentlich, wo die Reise hingeht. Das erste, eine junge Frau war das, glaube ich, hielt da ein Plakat hoch, Raise my taxes and not the sea levels. Also erhöht mir die Steuern, aber nicht den Meeresspiegel oder die Meeresspiegel. Das zweite war auf Deutsch, komischerweise, denn guckt mal, was ihr da so seht. Die ganzen Plakate oder 90% der Plakate sind auf Englisch. Warum eigentlich in Deutschland? Das nächste Plakat war, bestraft mich endlich. Leute, Leute, in welcher Irrenanstalt sind wir hier? Da rufen Leute pflegend um Bestrafung, um steuerliche Bestrafung. Das sind aber die Leute, die gar keine Steuern bezahlen. Die haben das leicht rufen. Aber das weiß eigentlich jeder. Also irre und bekloppter kann das doch gar nicht mehr gehen hier, oder? Man redet doch gar nicht mehr über das Klima, man redet über einen Systemwechsel. Und man stelle sich mal vor, wenn andere einen Systemwechsel fordern würden oder draußen auf der Straße Systemwechsel rufen würden. Aber diese Klimakits und Klimajünger, die da rumlaufen, die dürfen das. Kann doch alles nicht wahr sein, oder? Ja, tut mir leid, also... Ich wärme mich hier noch ein bisschen am Feuer. Und lass den lieben Gott einen guten Mann sein. Aber ich bleibe wachsam.